Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück hier in der eisigen Kälte von Valheim. Wir sind hier mitten im Nirgendwo und erkundigen gerade das Gebirge. Wir wissen leider nicht genau, was wir achten müssen. Wir haben diese Wünschelroute vom Fettwanst. Einstecken. Aber keine Ahnung, ob uns das weiterbringt. Da vorne ist ein Drache. Ist das ein Ei? Okay. 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 Ein Drachenei. Na klar. Was denn auch sonst? Obsidian. Okay. 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 Oh oh. Okay, das war's. Okay, das war's. Come on. Okay. Freunde, wir gehen erstmal nach Hause. Wir haben ein Drachenei, das kann tatsächlich nicht teleportiert werden, obwohl wir eine Mod drin haben. Das wundert mich schon mal. Scheiße. Okay. Okay, also irgendwelche Drachen, Wölfe, Dracheneier, die wir jetzt einfach mit nach Hause nehmen. Ich könnte mir vorstellen, die Dracheneier sind wahrscheinlich, um den Boss zu wecken. Wahrscheinlich wird der Boss... Oh, wie geil wäre das, wenn der Boss ein Drache ist. Oh, bitte lass den Boss... Äh, Boss. Boss ist tschechisch für Boss. Bitte lass den Drache sein, das wäre so cool. Okay, jetzt geht's aber trotzdem erstmal nach Hause. Die Sachen wegbringen. Wir können eine neue Sache, äh, bauen. Eine neue Handwerksstation. Beziehungsweise ein Upgrade für eine Handwerksstation. Und wahrscheinlich dadurch bekommen wir dann neue Rezepte. Und vielleicht können wir da schon mit dem Obsidian was anfangen. Also wenn's wirklich nicht Silber ist, sondern Obsidian, was hier das nächste ist. Also ich geh jetzt mittlerweile davon aus. Dann ist geil. Dann nehm ich alles zurück, was ich gesagt habe. Dann find ich's geil, Alter. Ich mag das ja. Ich weiß, das ist total... Äh, abgedroschen und so. Aber ich mag das ja, wenn man in so, äh, Fantasy-Games... Wenn man da halt nicht Eisen findet. Weißt du, sondern halt irgendwas anderes. Denk dir was aus. Mythril. Mystischer Neterstoff. Vulkan-Glas. So'n Shit, Alter. Ich frag mich, ob wir auch Angriffe von Wölfen in der Nacht bekommen können. Ja, noch lach' ich, Alter. Da steht halt auch nichts Interessantes, ne? Ich glaub nicht, dass man, äh, Obsidian einschmelzen kann. Was das mit der gefrorenen Drüse auf sich hat. Kommt zu. Wir sind auf dem richtigen Weg. Irgendwie bin ich einen kleinen Bogen gelaufen. Hallo, Hintergrundkamera. Irgendwie bin ich einen kleinen Bogen gelaufen. Das ist ein Heiler-Dude. Es wär cool, wenn man die Heiler-Dudes, wenn man die rekrutieren könnte, dass die einen dann heilen die ganze Zeit. Gibt's bestimmt ne Mod für, Alter. Ich bin, äh, so ein bisschen gehypt, muss ich ehrlich sagen. Auf, äh, die Inhalte, die möglicherweise in dem großen Update drin sind. Ich hoffe ja, ich bin ja so ein bisschen Crafting verliebt. Und ihr wisst, bei mir ist es ein bisschen schwierig. Ich will einfach, dass das alles cool aussieht. Holy fuck. Deswegen baue ich vielleicht nicht immer effizient. Alter, ich dachte, unser Dorf brennt. Holy shit, hab ich grad... Ich bin grad innerlich ein bisschen gestorben. Aber ich glaub, ich hab das ja in der letzten Folge auch schon erzählt. Das ist ja auch der Grund, warum ich um unser Dorf keine Steinmauer ziehen will. Weißt du? Okay. Ja, kein Problem. Wir sind jetzt ein bisschen überlastet. Okay. Bäume. Grüße da rein. Zahn da rein. Ei da rein. Draußen sterben Viecher. Das macht mir Sorgen. Irgendwelche Kackknochen. Guck mal, haben die 50 wieder voll. Das war alles geplant von mir. Die 20 haben wir auch voll. Brauchen wir also nicht. Oh, unser Feuer ist aus. Wir müssen unser Feuer nachliefern. Was macht man da rein? War das Harz? War das Holz oder Harz? Was ist denn? Mal fallen auf den Bogen. Holz. Wir hatten es auch ziemlich lange am Laufen, ne? Also, kann man sich jetzt nicht beschweren. Übrigens, eine Frage, die ich bekommen habe. Wie kann man denn die Sachen auf den Rücken packen? Und ist das überhaupt sinnvoll, das auf den Rücken zu packen? Ja. Auf den Rücken packst du mit R sowie nachladen in Shooter Games. Das Geile ist halt, dass wenn du dann R drückst, hast du es wieder in der Hand. Wo ist der Vorteil? Das ist ganz einfach. Wenn ich das in der Hand habe, da zeige ich euch mal. Wenn ich das so in der Hand habe und dann quasi zum Schwimmen komme, hat das zwar auch auf dem Rücken. Oh, mittlerweile macht das auf den Rücken einfach. Okay, das ist nice. Das wusste ich nicht. Weil vorher war es so, dass das halt abgelegt hat. Und dann musstest du es wieder neu auswählen. Das ist nice. Okay. Wir konnten was Neues bauen. Werkzeugregal. Vier Eisen, zehn Edelholz, vier Obsidianen. Vier Eisen. Oh. Ho, ho, ho. Haben wir natürlich alles. Ah, ich bin vorbereitet. Einfach. Vier Eisen. Geister. Wie viel war das? Zehn Edelholz. Okay. Das da rein. Bringen wir erstmal alles weg und dann holen wir uns kurz ein bisschen Edelholz. Das ist ja nicht das Problem. Was ist das? Das Holz können wir gleich nutzen. Die beiden Sachen können wir wegschmeißen. Was das mit der Wünsche Route auf sich hat. Weiß ich immer noch nicht. Aber wir werden es wahrscheinlich noch rausfinden. Vielleicht wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dadurch, dass wir immer am Wochenende zwei Folgen machen, habe ich natürlich immer gut Zeit, auch Kommentare zu lesen. Und so, das mache ich ja total gerne. Momentan ist es ja leider so. Was heißt leider? Ich freue mich trotzdem, dass immer der Hankyboy und Dark Angel fleißig Kommentare unter den Videos schreiben. Ab und an findet sich auch mal jemand anders, der einen Kommentar schreibt. Ich muss ehrlich sagen, über Kommentare freue ich mich immer riesig. Ich freue mich auch über jeden Like riesig. Das ist halt, naja, schon oft erklärt. Ohne das ist einfach der Kanal, ähm, wir sind am Arsch dann. Als Community und da zähle ich jeden Einzelnen von euch mit rein. Auf YouTube ist halt schwierig, ne. Die Videos, äh, sind nur sichtbar, wenn so und so viele Leute und, naja, das habe ich alles schon oft erklärt. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne in die Kommentare, dann erkläre ich euch das nochmal. Ähm, tack. Edelholz. Edelholz waren einfach Birken, ne. Ich weiß, dass da drüben ein Haufen Birken sind. In Valheim. Ich habe mich immer gefragt, warum nicht mehr Games, äh, diese, diese grafische Technik mal versuchen. Weißt du, dieses... Im Endeffekt... Komm, den nehmen wir mal mit. Diese Pixel-Grafik, aber gemixt mit, äh, mit allem, was so heutige Grafik-Engines drauf haben. Ja, Edelholz, nice. Ich kenne mich halt aus. Ich bin halt ein richtiger Valheimer. Ich hatte ein paar Fragen im Livestream letztens, äh, zu Games, die jetzt so rausgekommen sind. Wie es aussieht. Äh, ob ich die aufzocken werde, Multiplayer und so. Multiplayer ist halt immer schwierig. Na. Ich habe zwei Leute, mit denen ich so privat mal ein bisschen zocke. Aber das sind alles Leute, guck mal, wie drücke ich denn das jetzt aus, dass das nicht komplett blöd klingt. Das sind halt alles Leute, die auch schon ein bisschen älter sind. Damit meine ich nicht alte Knacker. Aber, die haben halt alle mittlerweile Kinder und so, weißt du, und müssen sich darum teilweise um Hausaufgaben der Kinder kümmern und dies, das, jenes. Und da ist dann halt wenig Zeit für irgendwelche Videogames, so. Obwohl jeder von denen leidenschaftlicher Zocke eigentlich ist. Ich hoffe auch, dass sich das wieder irgendwie einpendelt. Ich hoffe auch, dass wir mal wieder was mit Paddy zusammen machen können oder so. Aber, ähm, ist halt momentan nicht, ne. Was soll ich sagen? Ich bin auch beruflich eingespannt extrem, deswegen fällt es mir schwer. Also, ich habe momentan nicht mehr so viele Kontakte, ja. Was nicht heißt, dass ich irgendwie nicht kontaktfreudig bin. Ich bin ein ziemlich offener Mensch, ziemlich kontaktfreudig. Aber, ähm, kann man die Scheiße hier wegwerfen. Aber, äh, ja. Momentan ist ein bisschen, ist ein bisschen schwierig alles. Natürlich auch durch die ganze Situation, in der sich die Welt, äh, momentan befindet. Falls ihr wisst, was ich meine. Ich füge die Scheiße aus dir raus. Ne, damit ihr mal wisst, warum es, äh, schwierig bei mir ist mit Multiplayer-Games. Natürlich haben wir im Livestream auch schon, äh, so Sachen gezockt. Ja, wir haben, im Livestream auch, sind ein bisschen am Borderlanzen. Wir sind ein bisschen am Aliens-Zocken und so. Klar wäre das alles ein Multiplayer-Geil. Aber, wie gesagt, ist halt, it is a little bit schwierig. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Aber ansonsten, auf uns warten viele coole Games. Ich freue mich drauf, für die Leute, die vielleicht momentan nicht so Bock auf Subnautica haben oder auch nicht so Bock auf Days Gone und so. Ey, nutzt die Zeit doch, ja. Und, ähm, beteiligt euch im Community-Tab bei mir auf meinem, äh, YouTube-Kanal. Ne, oben, wenn du da, hast du so einen Tab, der heißt Community. Da gibt's immer mal wieder Umfragen. Da frage ich immer mal wieder so, hey, habt ihr irgendwelche Games, wo ihr sagt, hey, cool, das ist vielleicht ein bisschen älter schon oder das ist das vielleicht ein bisschen neueres Game oder ein Game, das bald rauskommt, wo ihr sagt, hey, das das wäre doch geil auf dem Kanal oder so. Ähm, und seid dann natürlich nicht sauer, wenn wir vielleicht das ein oder andere Game davon nicht zocken. Muss natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen meine Interessen widerspiegeln. Aber, äh, da haben wir schon oft. Ne, zum Beispiel damals das Mad Max Let's Play, das ist nur entstanden, weil Leute immer wieder, äh, sich das gewünscht haben. Auch die, äh, Skyrim Let's Plays, wir hatten ja zwei Stück. Also eins, wo wir quasi nur, nur in Anführungszeichen die Hauptstory gespielt haben. Und eins, was wir angefangen haben, wo wir uns nur mit Nebenzeug, äh, beschäftigt haben. Ich vergesse, was wir brauchen. Vier Eisen, vier Obsidianen. Äh, ist auch alles nur entstanden, weil Leute sich das gewünscht haben. Okay, und das hat Einfluss auf was? Das hat Einfluss auf das Ding. Ja, wie wäre es, wenn wir es einfach nirgends wo hinpacken? Ich meine, es sieht cool aus an der Wand, ne? Aber, äh, hm. Ich bin fast am überlegen, ob wir das Tanning Rack irgendwie verschieben können. Let's see. Okay. 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 Was geht eigentlich? Man sieht nicht, dass es eigentlich in der Luft schwebt. Das steht nicht auf dem Boden. So, ich habe gar nicht gesehen. Was können wir denn jetzt Neues machen? Erstmal können wir unsere Sachen reparieren. Obsidian-File, Gift-File, Feuer-File, Frost-File. Warum wird der mir hier angezeigt, wenn wir den noch auf maximale Qualität haben? Können wir noch irgendwas bauen? Hm. 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 Schwierig. Okay. Ich frage mich jetzt aber immer noch, was zur Hölle das mit den Sachen hier auf sich hat. Wolfs-Zahn noch immer scharf. Muss doch für irgendwas zu gebrauchen sein. Super weird. Ich dachte schon, wir machen einen Abflug wieder. Hier haben wir ja die Kohle fahren und da muss Kohle rein, aber die ist voll. Okay, dann bin ich ein bisschen überfragt, um ehrlich zu sein. Ich dachte, dass das jetzt vielleicht für uns alles ändert, aber ich sehe jetzt hier nichts. 12 Hirschfell, 15 Knochen, 12 Hirschfell, 15 Knochen, das können wir noch machen. Immer wenn ich sowas crafte, gehe ich im Kopf durch, wie es vielleicht weitergehen könnte. Das ist ja immer eine Überlegung, die man hat. Wie könnte es weitergehen, wo könnten wir hin müssen? Weil hier können wir auch nichts Neues machen. Kann man Obsidian... Kann man Obsidian vielleicht brennen? Ich glaube es eher nicht, aber... Schauen wir mal. Nope. Okay. Hm. Hm, 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 hm. Also muss es da noch irgendwas geben, was wir machen können? Die Frage ist auch, was es mit diesem Drachenei auf sich hat. Ich meine, das ist ja mal mega geil. Und Drachenei. Ge-Edelholz, ein Bronzenagel. Haben wir sowas noch? Können wir das Ei braten? Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Und das funktioniert. Wie es hier weitergeht, was es damit auf sich hat und vieles mehr. Das seht ihr in der nächsten Folge von Valheim. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, hinterlasst mir einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Wir werden das hier natürlich noch ein bisschen ausschmücken. Aber es ist schon krass, so ein Drachenei jetzt einfach hierbei sich drin zu haben. Wer weiß, wofür es gut ist, Freunde. Macht's gut. Ich wünsche euch eine gute Woche, wenn ihr das hier am Wochenende seht. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Vielen Dank.